Glück auf, liebe Feilchen-Fans. Ich habe heute folgendes gemacht, nämlich habe ich meinen Sohn, der letzte Woche Donnerstag das Licht der Welt erblickt hat, diesen Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und mittlerweile sind wir bei 7.000 angekommen und der Max hat die Nummer 7.000 und es ist so, dass wir natürlich jeden Einzelnen brauchen und in unserer Feilchen-Familie auch jeden willkommen heißen. Insofern, jeden, der uns unterstützen mag, der es mit dem Verein hält, mit dem Herzen bei uns ist, den fordere ich natürlich auch so ein Stück weit auf, uns weiter zu unterstützen, uns die Treue zu halten. Und ja, es mir nachzutun und dieser Familie auch ein Stück weit finanziell mitzuhelfen und dass wir alle weiterhin eine ordentliche Zukunft vor uns haben. Und da können wir jeden Einzelnen gebrauchen und freuen uns über jeden einzelnen ausgefüllten Mitgliedsantrag. Wie gesagt, der Max ist jetzt auch dabei, darauf sind wir stolz und ja, auf die nächsten 7.000. Glück auf!